Moin Moin, hier ist der Zapp und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt mit dem Blockbuster-Event und die Mission heißt Zeigerbeben. Hilft Dennis dabei die Existenz von Zeitsprüngen zu beweisen, indem du Uhrenteile sammelst. Uhren sind am häufigsten in Stadt- und Vorstationen zu finden und wir sollen vier Uhren sammeln. Gibt's übrigens 100 V-Bucks für. Und hier haben wir so eine Standuhr, die für diese Quest zählt und die kann man nicht mit E aktivieren, die muss man einfach kaputt hauen und dann kommt der Uhrenteil daraus. Nummer 1. Okay, Dennis ist ja eigentlich sonst immer eher ein bisschen naiv und dümmlich, aber vielleicht ist er einfach nur verschrobener Professor und inzwischen ist er dann zum Zeitforscher avanciert oder er labert einfach Blödsinn. Kann auch sein. Schauen wir mal weiter, dass wir irgendwo Uhren finden. Das Problem ist, ich habe auch noch eine andere Event-Quest, die ich euch natürlich auch zeigen will, aber nicht im gleichen Video. Deswegen habe ich hier Ausrufezeichen auf der Map, die nicht zu der Quest gehören, macht es etwas komplizierter. Mir scheint aber nix zu sein. Auch nicht. Mal gucken, ob wir noch Standohren finden. Vielleicht hier im Haus. Die Leute gehen eigentlich nicht mehr der geregelten Arbeit nach und haben sowieso den ganzen Tag Angst und Zeit. Da brauchen die auch keine Uhrzeiten. Wie lange ist das schon ängstlich in der Ecke hocken? Deswegen gibt es nicht mehr so viele Uhren. So, hat der McDonalds-Verschnitt hier vielleicht eine Uhr? Ne, die machen ja Essen auch ohne Uhrzeit nach Lust und Laune. Deswegen schmeckt da auch immer alles pappig, weil die halten sowieso keine Garzeiten ein. So, ich glaube, das Ding, was hier vorne vorm Haus ist, gehört zu der anderen Quest. Das ist gerade das einzige Ausrufezeichen auf der ganzen Map, obwohl die schon ziemlich aufgedeckt ist. Das glasert er hier hinter mir her. Ich mal hier im hochherrschaftlichen Herrenhaus gibt es eine Uhr. So, aber jetzt gibt es eine Besonderheit für zwischendurch. Wir müssen nämlich mal ganz kurz zu Schenaira. Die hat hier nämlich einen großen Tresor gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt zwei Sachen, wo ihr eure Kumpels immer zusammenrufen solltet und Kumpelinen. Und zwar, wenn ihr so einen Tresor hier findet, so Silber mit goldenem Rand, oder eine Level-5-Kiste, die rechts und links am Rand so zacken wie eine Krone haben. Weil diese beiden Behälter, wenn man die aufmacht, dann können alle, die daneben stehen, einen Vorratsbehälter kriegen, wo dann eine Skizze rauskommen kann oder seltene Aufwertungsmaterialien. So, Yosuo ist auch da. Jetzt macht Schenaira die Kiste auf, da den Tresor. Und hebt alles auf, was ihr gehört. Aber jeder von uns dreien kriegt jetzt hier einen epischen Vorrat. Also immer alle zusammenrufen, wenn ihr eine solche Kiste oder einen solchen Tresor findet. Das hilft uns bei der Uhren-Suche allerdings gar nicht. Ich glaube, auf dieser Map gab es nur diese eine Uhr. Darum machen wir hier mal einen Schnitt und dann geht es auf der nächsten Map weiter. So, neue Map, neues Glück. Hier haben wir die zweite Uhr. Und da kommt auch was raus. Wieder legendäre Uhrenteile. Und hier im Haus soll auch noch irgendwo... Ziemlich deutliche Beben. Und dieses eine Beben war genau, als ich auf die Uhr guckte. Und dann haben sich die Zeiger bewegt. Oh, ähm, ja. Die Zeiger haben sich während des Bebens bewegt. Ja, sie haben wie verrückt gezittert. Ich konnte es auch nicht glauben. Aber wenn das kein Beweis für einen Zeitsprung ist, was dann? Bitte warten. Gut, dann könnte ich das ja machen und Dennis anschreien stattdessen. Da ich vorhin vor der Entscheidung stand, ist er ein Trottel oder vielleicht ein verkappter Wissenschaftler? Die Entscheidung wäre dann gefallen. Er ist ein Trottel. Aber wo ist hier diese Uhr? Sagt irgendwie, sie wäre oben, aber es ist doch nicht. Und jetzt ist sie weg. Ich ging da eine Uhr an der Wand und ich habe es nicht gesehen von außen. Das ist blöd. Habe ich, glaube ich, gerade eine Uhr zerstört. Wobei, wenn ein Item drin gewesen wäre, dann hätte das da eigentlich rauskommen müssen. Suchen wir mal weiter. Vielleicht in einem anderen Haus. Schauen wir mal hier. Nun, es scheint nichts zu sein. Ich bin da zu dem Haus wieder zurück. Andere Leute haben Gartenzwerge im Vorgarten. Die haben hier Laseraugen. Hier ist eine Uhr im Haus. Irgendwo noch höher. Das ist eine Schatzkiste. Aber in Schatzkisten gibt es keine Uhr. Vielleicht ist es auch im Nachbarhaus. Hier oben vielleicht. Hier ist eine Uhr. Beim Klavier. So, Uhr Nummer 3. Hat ein Item. Uhrenteile erledigt. Dein zukünftiger Nachwuchs. Diese Zeitsprünge. Hat das was mit dem Zeitreisefilmfestival von Dennis und Summers zu tun? Naja, wir haben so ziemlich jeden Zeitreisefilm geguckt, den es gibt, bevor der Meteorit in den Drive-In einschlug. Glaubst du, das hat dein Denken beeinflusst? Kann sein. Immerhin war es ein Film über die Eltern eines ungeborenen Anführers einer Rebellion, der auch noch von Zeitsprüngen handelt. Und ein anderer Film über diesen Typen, der Uhren sammelt, um zu beweisen, dass Zeitreisen echt sind, könnte mein Denken beeinflusst haben. Oder das Schicksal hat uns die Filme sehen lassen, um uns vorzubereiten. Dann aber stünde mir auch ein Kampf gegen ein Hai bevor. Haben wir Habuhn? Nein. Drei Zacke? Nein. Dynamit? Nein, es reicht. Meine Güte, ist er ein Trottel? Und er ist ein Toter Zahmheimer. Damit wäre das auf jeden Fall endgültig geklärt. Verkappter Wissenschaftler oder Trottel? Die Frage ist gelöst. Hm, hm, hm. Hier gibt es scheinbar keine Uhren. Ach, ich will dann Zahmheimer hier. Ins Gesicht, Kollege. So. Da darf ich die Uhr vom Turm abnehmen vielleicht. Munition. Die würde doch... Oh, die geht sogar wirklich. Also, wenn ihr keine Uhren findet, Uhrentürme funktionieren auch. Und da kommt das Uhrenteil. Nummer 4. Meine Güte, pures Können. Und das ist wirklich Können, so einen Schwachsinn zu erzählen, ohne es zu merken. Okay, kennt ihr auch jemanden, der so viel Schwachsinn erzählt wie Dennis? Oder ist Dennis da Weltrekordhalter? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal da unten seid, ihr wisst ja, der Daumen, der mag das, wenn er ab und zu mal geklickt wird. Und ich mag das auch total. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und schaltet wieder ein, wenn es weiter geht in Fortnite. Rette die Welt. Ciao, ciao, euer Zapp.